Musik Was könnte ein Tier sein? Was könnte das sein? Was könnte das sein? Habt ihr eine Idee? Ein Krebs Ein Krebs Ein Krebs, super, toll Ein Krebs Und was war das für ein Tier? Was könnte das sein? Sehr schwer Sind wir schnell? Sind wir schnell? Nein, wir sind nicht schnell Wir sind aber sehr schwer Die Beine sind schwer Und die Arme sind schwer Und wir machen alle ein Doppelkinn Alle haben ein Doppelkinn Doppelkinn, alle, genau So einen Bauch haben wir Und wenn wir sprechen, sprechen wir ganz gut Sprechen wir alle ganz gut Ist das anstrengend? Ja Boah Das ist anstrengend Boah Und jetzt sind sie aber ein Vögelchen Wir sind ganz leicht Wir sind einen Doppelkinn Und jetzt haben wir das Alle Mäuse, alle Bäume, alle Bäume, alle der Wind, alle der Regen, alle Alt. Alle ein Baby, alle ein Wurm, alle ein Wurm, alle das Wasser. Alle die Schiffe, äh Fische, Entschuldigung, alle die Fische. Alle eine Oma, die Oma, die Oma. Alle sind eine Banane. Eine Banane. Das habt ihr großartig gemacht. Die Oma, die Oma, die Oma, die Oma. Die Oma, die Oma, die Oma, die Oma. Die Oma, die Oma. Die Oma, die Oma, die Oma. Die Oma, die Oma, die Oma. Die Oma, die Oma, die Oma, die Oma. So, jetzt haben wir gesehen, wenn uns eine gute Idee einfällt, können wir einfach da weiterspielen. Das ist doch toll, oder? Wo ist das größte Theater? Hier ist das größte Theater, also da rundt nicht mehr der Vogel, sondern das Theater, richtig? Wollt ihr noch eine Runde? Ja! Wir müssen das gleiche. Wir müssen das gleiche. Es ist nicht das gleiche. Es ist nur das gleiche. Es ist nur das gleiche. Aber du hast nicht das gleiche. Es ist nur das gleiche. Okay, also... Es geht los! Ich bin dran, ach so, äh... Stopp! Alle. Ah, ich bin dran! Ach so, äh... Ich bin dran! Ach so, äh... Ich bin dran! Ach so, äh... Ich bin dran! Andrea Hey hey hey! Ho ho ho! Hey hey ho ho ho! Ha ha ha! Ze! Ze! Au revoir! Momentum! Descubra! ... 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